Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die Logik ist raus. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ah, ja, 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 ja! Komm, komm! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Venk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Venk mit seinen wenigen Verwendenden der Roten Armee... So behaupten Sie, ein Angriff ist sehr unwahrscheinlich. Venk hat der Roten Armee absolut nichts gegenzusetzen. Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Lachen Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es so wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus. Kommen Sie, ich muss hier raus. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ah! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Was soll das heißen? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen. Computer Generated Dream World Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel beenden. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. An November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton! Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020